Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer brandneuen Episode von Let's Play Terra Rising. Mr. Duril, Sashiya aka Shimizu und Mikandia sind wieder zurück. Hallöchen! Hallo! Servus! Ja, wie man sieht die beiden heute auf einem neuen wunderschönen Reiz hier. Nur der Duril, nicht? Ich hab's etwas verpeilt, ne? Torben! Passiert! Torsten und Torben! Ups! Ich bin Torsten, nicht Torben! Ich kann nicht lesen, Mom! Oh Gott! Auf jeden Fall geht's heute wieder weiter und Mikandia weiß schon, wo wir weitermachen müssen in der Questreihe von Tullofan. Wuh! Ah, hat nicht klappt. Ja. Hier sind schon mal Gleide hier. Oh! Wow! Gestorne Wasserfässer. Wir machen keine halbe Sache da, Hanno! Hanno! Wir brauchen mal 6. So geht's weiter. Geht's um 6, seh! Was war das? Was war das denn? Irgendwie kann ja... Da hast du grad einen geilen Move hingelegt. Hanno! Was hast du jetzt gemacht? Ah! Ist so ein Moonwalk zum Fast! Hanno! Fang das jetzt wieder an! Oh, was ist denn hier? Sah das geil aus! Ist schon wieder Moonwalk-Zeit bekannt ja! Ich weiß nicht! Gibt's nix! Ich bin nicht fast normal! Das sah klasse aus! Ich hab's aber auch nicht gesehen! Du hast schon deine Arme hochgestreckt irgendwie! Hoffentlich ist es so doof! Ich hab's grad echt wechselt! Lass uns überraschen! Genau! Wir werden sehen, wie's weiter geht! Den passen wir da nicht noch! Stopp! Abbrechen! Warte! Kann man auch von hier rum! Warte! Ich komm von hinter! Nee! Kann man nicht! Was ist denn das? Shit! Passen wir da nicht zu dritt hin, Moonwalk! Du fett! Jetzt! Jetzt! Ah! Ja! Wie kann ich aber auch von Schwarzfals rum! Ja! Ja! Hast du eigentlich welche Drogen euch noch mal wie kann ich ja oder? Nee! Alles normal! Läuft bei dir! Ja! Und jetzt hinter uns! Den äh! Diese Wölfe! Da trommeln wir einfach mal geschön zusammen! Auf geht's! Sammeltrommler! Das ist deine Leine in diesem Let's Play! So! Das ist hier alles gut oder? Ja! Wie? Die Schlachterei geht wieder los! Boah Samuel! Die lebt doch! Ahh! Wie kannst du ja? Hahaha! Wie könnt ihr? Euih! Halt das Ding mal vom Leib her! Das ist doch so geschlebt das Viech! Ähm dachte ich hätte Sägma! Ja! wir haben es geschafft ein guter drittlich schafft ich werde von sich er das magische Dreieck da ist unser Lieb da kommt es weiter wenn er wieder aufs Maul her jetzt wäre das auch erledigt jetzt müssen wir einfach mal hier mal komplett vorbei rennen wir brauchen noch eine hallo ja dann nimm mal die gleich mit ich auch die ganze zeit was los ich treffe nix erst mal wieder reinkommen oder? ja ja wieder ewig nehmertrotz bombe! bombe 8! jawoll ey geh mal so gleich weiter wir sind immer ganz professionell und wir sind bei uns aufgabe ah ja aber jetzt ein bisschen ein bisschen kleines chaos jetzt gleich am anfang aber was für chaos oh jetzt bin ich aber voll falsch grid haha ok hast recht chaos passt ziemlich gut der shia bist du noch dabei? ich folge deinem arsch ey wie gesagt ich bin jetzt einmal halt voll außer rum gelaufen weil das war boah äh hat sich doch gerade jemand geportet? ich hatte gerade einen kleinen hänger ich habe gerade gedacht den porten kenne ich doch irgendwo her aber auch die hilfe nicht länger braucht die hilfe auch die sich fest anzeige ist irgendwie neu kann das sein? ja er wird auch die allmacht von touren genannt müssen wir jetzt äh waren das nur zwei quests? ja ich habe einen einzig direkt hier am pfizer was? am ausgang der shiazik hat gerade geschrieben ihr setzt euch besser in bewegung ja ich komme mit der blöde taste ja wir sind wieder vollkommen professionell heute liebe freunde aber wir schreiben ja auch schon die ähm 72 Folge ich weiß auch nicht warum wir kämpfen ach das sind meine Gefährten auf geht's Miki war Schluss ich habe gerade nur abcheckt wo die nächste Gegner sind dann rachen wir mal durch das Gebiet ist ja zwar schön und gut aber wir wollen natürlich auch weiterkommen im droscht 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 geh mal Bier holen Bier holen Bier holen du wirst schon wieder hässlich hässlich 1,2 Bier und du bist wieder schön bunbar schön geh mal Bier holen Bier holen denn ich mein dass du hässlich bist das muss ja nicht sein das muss nicht sein das muss nicht sein wieder eine neue Rubrik in unserem Let's Play unser Radio Let's Play Radio Let's Play Radio also jetzt haben wir hier alle oh ja gut ich helfe dir ich brauch bei deiner Bruder auch keine Hilfe natürlich brauchst du das die kill ich ja auch aus Leidenschaft die kleine Sashia aus da die nächste sind hier oben so Vorsicht Junges Junges was Stück also hier ohne Sinsel Bäume das sind Bäume oh voll die geilen Bäume es lebt ey wie kann ja du musst auf die kleinen eigentlich nur die Bomben anlassen sonst sind die schon kaputt kann das sein ja wir müssen eigentlich gar nichts machen wir machen die Reste wir machen die Reste die wohl überleben genau ah das war ein bisschen zu weit vorne was ich selber überschätzen kann wie kann dir ja ich meine Fähigkeit überschätzt sollte nicht wieder vorkommen gell konzentrier dich bitte typische DMT Taktik ah jetzt warte jetzt kommen sie stopp hast du gesehen wie ich es im Kreiskalder habe wie ich es im Kreiskalder habe ne das war Weltklasse das war sensationell das war der Hammer also bitte muss ich mich jetzt auch mal selber nur überdrehen doch du Rilan muss man mal dir ein Lob aussprechen das ist richtig Dankeschön Michael Jungs machen wir das mal bitte weg mich so schön so jetzt ist die Frage wir müsse zum Fragezeichen eigentlich aber auch wieder zurück nach Tulu fahren und Leute das als Maulett wenn man stehe ich 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 geradeaus ich 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 geradeaus ich 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 geradeaus gucken ich finde ich nicht ich 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 habe wir so heute sind wir sehr produktiv so soll es auch sein n ja ganz klar das Ziel Und dann müssen wir zu der Welt hin, ja. Schon geil, wie der Torsten nicht hinterjagt. Passagier auf die Befehle zu drücken, ey. Bitte helft mir. Du bist so durch, ey. Das ist ein stumer Schrei nach Hilfe. Sag mal, was macht ihr eigentlich? Ich gebe Quest ab. Ach so, so sieht es bei euch aus. Wieso, wie machst denn du das? Wenn ich träume, träum ich von Macht. Was? Nimm Homi Turek, Lan. Homi Turek, Alter. So, Freunde. Wunderschön hier. Haben wir ja schon öfters gesagt. Tulophon. Tulophon. Tulophon? Läuft denn bei euch? Läuft. Läuft bei dir, ne? Ja. Das ist mal in die Richtung. Da ist ja wieder, gell. Ganz groß. Ey, ich sehe dich das halt überhaupt nicht, gell. Das ist voll komisch. Boah, der Schwänz. Der nennt sich bei mir, glaube ich, aus dem Spiel rausglöscht. Oh, da hat einer einen Raptor. Und ne Melone. Das ist die Melone! Wie wär's, wenn die mal ein bisschen langsamer reidet? Ich komm nicht hinterher mit dem Posten. Die Melone! Stopp. Oh, die fette Kuh grast wieder irgendwo. Ne, aber ich, mein Reitier ist nicht so schnell grad. Bei dem Gewicht, kein Wunder. Der Vorstand hat's schon gut durchkalt bisher. Wo kam die her? So, jetzt. Wollte die Stress haben, oder warum kamen wir die? Ne, ich kannte wieder irgendwelche Leute angriffe. Ne, weil du hast sie mitbracht und ich hab sie kalt gemacht. Du hast sie mitbracht, ich hab sie kalt gemacht, yo. Yeah, so läuft das bei uns und bei euch. DMD for life, yo. Yeah. Oh. Der südliche Pfad. Was erwartet uns dort? Aufgaben. Die Aufgaben. Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Nichts von. Eine Melone. Das Teufelsding. Ich helfe gern. Großer Gott. Werdet ihr nicht irgendwo erwartet? Na, genießt ihr die Freizeit? Werdet ihr nicht irgendwo erwartet? Das merke ich mir. Wieder ein paar Quests bekommen. Es geht nicht. Es? Was redet der? Wer denn? Wer redet? Wer? Weltana hat grad gesagt irgendwas, oder war das die Questgeberin? Hä? Keine Ahnung, ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab grad nix mitkriegt. Ne, es war die Questgeberin. Ich höre irgendwelche Stimme, aber egal. Oh je. Oh mein Gott. Leute. Hä? Ja. Die müssen wir kalt machen. Die, der Hanna? Die komische Flügel, die hier, der Hanna? Ja, genau wieder. Sturm-Excel, was geht ab? Das ist ein Gruppenmon. Ah, was? Das sind gar nix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Achtung. Fuck. Aua. Bleibt stehen. Bleibt stehen. Oh Gott. Oh ich... Oh ich... Ihr weckt doch... Ich bin doch... Wup, wie kann dir... Hahaha. 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 Sind wir Pro-Gamer, ihr leg mich auf. Ah, das kriege ich immer nix hin. Scheiße. Hahaha. Ich glaube es hat sich zurückgezogen. Ja. Weil das ein Fail. Oder? Also ich bin wieder außerhalb vom Kampf. Wir können es hier probieren, jetzt in die Wache kommen her. Ich glaube das guckt mich noch an. Oh Gott, es folgt mir. Hahaha. Ja, dass das Lagerweg uns stirbt. Ne, jetzt ist weg. Alter. Ja, da ist es wieder. Bei mir läuft es in deinem Todesbildschirm rum. Epic Fail, hey, aber sowas war. Wir sind solche Kack für uns, ey. Hahaha. Alter. Hallo? Ich weine um Duril. Hahaha. Freunde, bringt mich zurück ins Leben. Ich kann grad irgendwie net. Zaubern. Das hier jetzt ist okay, du hast deinen Spaß. Kenntest, komm jetzt mit Leben. Ich bin dir wieder. Ne, ohne Scheiße. Es geht grad net. Ah, jetzt. Hahaha. Danke dir. Oh, Alter. No problem. Oh Gott, ich hab's mal gekriegt grade. Ey, unsere Schutzzauern sind auch ausgelaufen. Niemand sagt was. Ja. Weil ich muss mir mal so Ausdauertränke einkaufen, ey. Wie kann die hat's ja doch. Bauschein, du? Ja, ich hab null Ausdauer eigentlich gehabt. Ja, gib ihm mal Parade. Der stirbt noch öfter. Handel mich an. Ey, Mann, ich kassier halt immer so volle Pulle. Hahaha. Krieg's mal. Surprise, surprise. Tja, wir stehen wieder vor einer neuen Aufgabe. Komm, kriegst du für so Rune. Ist das? Na ja, kann man. Die hab ich vorgetroppt. Danke dir. Bitte. Oh mein Gott. Oh, Leute, ey. Freunde, dass... Hahaha. Erstmal der mal, als du auf den Latz kriegst, hä? Das ist der absolute Hammer. Ah, den packen wir doch, oder? Irgendwie, sag mal. Ja, normal, ja. Wir verbrauchen wir. Drei Stück. Drei Stück schaffen wir. Was wär man grad für'n Boxster, dass der uns so schön down gemacht hat? Ja, wir sind alle direkt an ihn ran klopfen. Ja, meine erste Attacke, die ist einfach... Die hat gar nicht zündet. Keine Ahnung, was da schief, glaub ich. Dann machen wir wieder normale Attacke. Ich geh drauf und ihr bleibt im Hintergrund. Ja, ich bleib schön weit weg. Ja. Dann hast du hier starke Heal-Heal-Fähigkeiten. Ja. Okay, du dreckst du jetzt. Kriegst du einen auf die Fresse. Komm, Rache. Second try. Nicht mit uns. Ich zieh 2.0. Lass ihn erstmal rauskommen, die Sau. Ja. Jawoll. Der kommt ja gar nicht zum Zug. Kriegst Schnecken, du Hure. Ich seh mich zwar nicht, aber ich klunzt rein. Das reicht. Vicky, er will nicht. Vicky, du machst so viel Schade. Vicky, du errado, du hielst auf die Funde ollut da rein. Oh my god. Ich komme dir havel and raden. Leute. Ich komme dir havel and raden. Is this a user is called? Ich bin dabei, ich bin dabei. Jawoll, wir hennen, wir hennen, wir hennen. Drei Frank Mende und keins für mich. Es läuft, läuft bei uns. Aber sowas von. Das noch dreimal, das wird noch ein schönes Spaß. Noch zweimal, oder? Ey, noch zweimal. Das wird noch ein schönes Spaß. Kommt mal her. Das ziehen wir jetzt noch durch, oder? Huch. Ich dachte gerade, du greifst ja auch. Ich kann ja, als ihr da fast Ranger glatt macht. Mit dem Weg waren. Die brauchen wir ja auch, weiß ich. Sonst würdest du nicht auch greifen, Leute. Bei dir weiß man nicht, was du alles ansteilst. Meine Blutsucht. Tyrannimo! Der ist ja schon tot. Leider hin, ne? Ich hab' dacht, zwischendurch nehmen wir mal so ein paar wieder zum warm bleiben und dann wieder so große Echse. Alles E-P. Alles E-P. Alles E-P. Wörst du mir? Die Gegner! Die Gegner ist doch übelst du von unserem Level, kann das sein? Ja. Jetzt können wir die... Wir sind mal ein bisschen freigräumt hier. So musst du da wackeln? Ja. Runde 2, liebe Freunde. Warte. Okay. Was machst? Okay. Tu es. Hast du mich im Blick? Ja. Ja. Mein Gott. Boah! Kretil! Kretil! Aua! Du Sau! Boah, fuck. Boordest du dich? Wie kann dir? Ja, aber aus dem Weg nach vorne in die falsche Richtung. Ich... Ich port mich in die Richtung, in die ich... Äh, immer nach vorne. Boah! Nach deiner Bomb fahrt er dich automatisch in der Akku irgendwie... Wuuh! Ja, die hat... Die lohnt halt ordentlich, Ryan. Zja! Rennen! Oh mein Gott! Die Tremme! Ich hab ihn mit einem Visier. Jetzt liegt er. Auf ihn! Raumkasse! Jawoll! Yeah! Uh! Blieb doch schon ein bisschen besser. Ja, aber die Gegner sind schon heftig. Nicht mehr Marsch. So geht's ab. Okay, einer noch. Hast du wieder ein paar kleine, oder? Mikanio? Ja. Mikanio hat trotzdem schon wieder alle zusammen. Ach so geht's halt ein bisschen schneller, sag ich. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir das ja auch nicht fest, damit es ja auch schon erfüllt. Naja, jetzt noch einen von den Dicken. Und dann haben wir's auch schon wieder. Nehmen wir den da vorne wieder, oder? Den machen wir zweimal kalt, weil der uns einmal. Stimmt, weil der... Ja! Rache! Rache! Rache ist Blutwurst. Wenn er am besten kalt serviert. Genau. Von hinten. Ja, von Hingelstein. Guck mal von der anderen Seite. Oder von hier wieder. Von hier. Ich dachte mir überraschend von hinten. Der hat... Bei dem gibt's doch gar keine Hände. Weißt du nicht? Doch, wenn er rauskommt. Ja, der soll rauskommt. Ja, der soll rauskommt. Ich steck ihn wieder ins Erdloch rein. Ins Dreck sagt den Bläder. Bereit? Yes. Push it! Bringen wir's zu Ende. Push it. Push it to the level. Push it, push it, push it. Er liegt, er liegt hier so. Er liegt hier so. Er liegt hier so. Er liegt hier so. Was ist los, Kumpel? Du hast Probleme? Bei dem Selbstmannsschlag noch durch die Sahne. Er übel. Ach du! Ich seh mich nicht mehr! Du Riegel! Hu hu hu! Du Riegel! Hu! 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 Du Riegel! Hu! 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 Falsche Seite. Uaaaaaah! Seht ihr nicht! Hu! 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 es ist immer krass ein grand finale du läpp mich am Arsch ein bisschen Farmen? ja, bin dabei Farmen wir dann machen wir Folgepause, oder? ja, bin ja auch dabei seit jetzt wieder an uns genagt du oh ich hab was blaues gekriegt elementarkäfer zweimal zwei Stück, was krieg ich? normalerz ich hab auch normalerz gekriegt ey, das hab ich nicht gekriegt ja, das ist anders, das ist besser die Gegner war jetzt mal wieder gut, oder? ja, das war heftig die Hilfe aber nice EP wieder na, genießt ihr die Freizeit? oh, mal da Quest vergessen ne, die haben ja erst jetzt gekriegt vielleicht hätt ich Schwänze verlangen sollen pfff du denn liebe Freunde Ausdauerauflader vielleicht hätte sie Schwänze verlangen sollen und im Hintergrund sehen wir nochmal ich tis ö, echt? jetzt seh ich ihn halt wahrscheinlich jetzt seh ich ihn nicht mehr ne, nicht bis sie schwingt in der nächsten Folge sehen wir dann wieder alles oder auch nichts bis dahin, ciao! adee tz